Wir sind die Praxisklinik Dr. Klöppel und Kollegen. Wir befinden uns hier im Münchner Süden. Wir sind spezialisiert auf plastische und ästhetische Chirurgie und ich möchte Ihnen heute eine unserer besonderen Behandlungstechniken vorführen, die HD-endoskopisch assistierte transaxilläre Brustvergrößerung. Viele Frauen wünschen sich weltweit eine Brustvergrößerung, doch schrecken sie oft ab vor sichtbaren Narben im Unterbrustbereich oder unnatürlichen Ergebnissen. Mit der endoskopischen axillären Brustvergrößerung ist es möglich, die gewünschte Brustvergrößerung ohne erkennbare Narben an der Brust zu erreichen. In Deutschland gibt es nur eine Handvoll erfahrener plastischer Chirurgen, die die Technik der endoskopisch-axillären Brustvergrößerung durchführen. Diese jedoch machen das seit vielen Jahren und in großer operativer Zahl.